Servus und hallo zusammen. Heute möchte ich euch den Bakers mit 7 Jahren vorstellen. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen bei meinem neuen Video. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich möchte euch heute diese Abfüllung hier vorstellen. Und zwar der Bakers mit 7 Jahren. Was kann ich euch zu dieser Abfüllung sagen? Der Bakers 7 Jahre alt gehört zur Small Batch Serie von Jim Beam. Genauso wie der Knob Creek, der Basil Haydens und der Bukas. Ich habe alle drei eben genannten schon in einer Videoverkostung gehabt. Ich werde sie euch alle drei hier oben nacheinander einblenden. Könnt ihr gerne noch vorbeischauen. Auch diese Videos sind sicherlich sehr interessant. Aber wieder zurück zum Bakers. Der Bakers wird so, wie ich ihn hier in der Hand halte, vom Markt verschwinden. Der Bakers ist, wie ich aus Whisky-Kreisen so erfahren habe und auch, wie es meine persönliche Ansicht bisher widerspiegelt, so zumindest die kommerziell, wie soll man sagen, die kommerziell schlechteste Abfüllung aus der Small Batch Reihe. Was nicht heißen mag, dass es tatsächlich geschmacklich die schlechteste Abfüllung ist. Ich habe ihn schon öfter im Glas gehabt, habe mir lang überlegt, ob ich ihn euch in dieser Form noch vorstelle. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich es doch noch tun möchte. Gleich zu Anfang die Änderungen, die kommen werden. Das Flaschendesign wird sich ändern. Das Flaschendesign wird gedrungener. Vielleicht, so wie ich es auf Bildern gesehen habe, auch ein wenig edler werden. Und es werden Single Barrel Abfüllungen werden. Sowohl die Alkoholzahl als auch das Alter wird gleich bleiben. Aber wie gesagt, es werden jetzt keine allgemeinen Batch Abfüllungen mehr, sondern es werden Single Barrel Abfüllungen werden. In den USA ist die neue Abfüllung auch schon zu haben. Bei uns, keine Ahnung, habe wirklich keine Informationen gefunden, wann diese neue Abfüllung bei uns hier in Deutschland oder Europa eingeführt werden soll. Sollte ich noch was auf die Schnelle herausfinden, werde ich es euch auch hier oben irgendwo einblenden. Jetzt aber wirklich zurück zu dieser Abfüllung, die auch noch bei uns auf dem Markt zu haben ist. Er ist für, da muss ich noch mal auf meine Liste schauen, circa 50 bis 65 Euro in dem einen oder anderen Laden noch zu haben. Und ob er das wert ist, werden wir jetzt gemeinsam in diesem Video herausfinden. Er ist mit 53,5 Volumenprozent entspricht 107 Proof abgefüllt worden. Er ist ein Kentucky Straight Bourbon Whisky. Er ist sieben Jahre alt, also ich möchte sagen, mindestens sieben Jahre alt, weil es natürlich auch sein kann, dass das eine oder andere ältere Fass hier mit reingerutscht ist. Ich habe hier, falls es jemanden interessiert, das Badge B90-001. Vielleicht, wenn auch du noch eine Abfüllung davon daheim stehen hast, kannst mir ja unten schreiben, welches Badge du hast und ob sich das mit meinen Geschmackseindrücken hier deckt. Was kann ich euch denn noch dazu sagen? Tja, ich glaube, das war's so ziemlich an Sachen. Natürlich, die Mesh Bill will ich euch noch verraten. 75% Korn, 13% Roggen und 12% Gemäldste Gerste. Jawohl! Jetzt habe ich aber, glaube ich, alles dazu gesagt. Vielleicht noch ganz kurz zur alten Flasche. Ich finde das Flaschendesign nicht so wahnsinnig hübsch. Auch das Etikett war jetzt nie so wirklich der Hingucker für mich. Was ich wirklich positiv bemerken muss, ist erst mal, dass er eine schöne schwarze Wachskappe hat und einen Korken, wenn auch ein Kunststoffkorken ist. Mir persönlich aber immer viel, viel lieber als ein Schraubverschluss. Aber so ist es bei allen Abfüllungen aus der Small Batch Reihe von Jim Beam, dass sie diese schwarzen Wachskappen haben. Außer der Basil Hayden, der hat sowieso so eine etwas verkünstelte Verpackung, möchte ich sagen. Kommen wir doch zum Inhalt. Hier habe ich ihn mir schon vor geraumer Zeit ins Glas eingeschenkt. Schaut ihn euch an. Ich blende ihn euch sicherlich auch noch zwischendrin ein. Er hat eine schöne, kräftig dunkle Bernsteinfarbe. Was habe ich gesagt? Er hat 53,5 Volumenprozent, die ja doch ziemlich kräftig gewählt sind. Letztens habe ich mal nachgelesen über den über den Act zu Bottled in Bond und da muss man ja mindestens mit 50 Volumenprozenten abfüllen und 50 Volumenprozent ist eigentlich das, was sich damals die Leute gedacht haben, dass für Bourbon Whisky die richtige Abfüllhöhe ist, was sich ja jetzt leider mittlerweile eher Richtung 40 Prozent, 40 Volumenprozent eingependelt hat. Also ist hier dieser Bakers mit 53,5 Volumenprozent doch wirklich ganz gut dabei. So, er liegt schön im Glas, möchte ich sagen. Er zieht bei dieser Volumenprozentzahl auch schöne Legs am Glas und jetzt schaue ich doch gleich mal, was er mir so in der Nase verraten kann. Die 53,5 Volumenprozent brennen mir nicht in der Nase. Die zwei dominanten Aromen, die ich hier beim Bakers gleich in der Nase habe, ist eine etwas unrund eingebundene Eiche und eine dafür sehr schöne Zimtigkeit, die ich hier in der Nase habe. Der Bakers bringt mir auch eine schöne Frucht mit und zwar ist es eine richtig schön kräftig reife Orange, die ich hier in der Nase habe. Ich möchte fast sagen, dass die orangige Note hier sogar so leicht überreif wirkt. Aber das ist schön, tatsächlich. Ich habe hier keine keine Zitrusfrische. Ich habe vielleicht ganz leichte alkoholische Anklänge, ganz leichte Acetonnoten, was oft mal so als eine Klebstoffnote empfunden wird. So ein bisschen Orangenzeste habe ich auch, also sprich die Orangenschale oder die ätherischen Öle, die aus der Schale kommen. Und dabei tritt immer wieder diese eichige Note, diese holzige Note hervor und gleichzeitig auch diese doch für mich wirklich sehr schöne und deutlich merkbare Zimtnote. Schön. Ich finde im Vergleich in meiner Erinnerung jetzt zu den anderen Abfüllungen der Small Badge Reihe. Bisher von der Nase her deutlich schöner wie der Basil Haydens. Aber die Abfüllungen, die ich bisher zum Beispiel vom Knob Creek in der Nase hatte, hat mir da glaube ich besser gefallen. Ist aber schon eine ganze Zeit her. Und der Bakers war da auch noch eine Nummer schöner, aber okay. So, jetzt schaue ich doch mal, was er mir so auf der Zunge sagen kann. Cheers! Auf der Zunge kräftig! Der Bakers schiebt richtig heftig über die Zunge die 53,5 Volumenprozent merkt man deutlich. Allerdings jetzt nicht als alkoholischen Geschmack, sondern einfach als kräftige, kräftige Würze. Viel Zimt ist da. Ich habe auch schöne, karamellig, vanillige Noten auf der Zunge liegen. Milchschokoladennoten möchte ich sagen. Die Frucht aus der Nase tritt deutlich in den Hintergrund, sondern wirklich cremig, vanillig, schokoladige Noten bleiben im Mund. Vielleicht ist auch so ein bisschen Lakritz dabei. Zum Zimt gesellt sich auch noch Kardamom. Und der Antritt war so, dass er wirklich sehr kräftig war. Also richtig mundausfüllend, ein richtiger Schlag auf die Zunge. Dabei diese Würze auspackt, auch eine gewisse Pfeffrigkeit auspackt, die dann aber in den Hintergrund tritt und ein schönes, voluminöses, mundausfüllendes Aroma von diesen weichen, schokoladigen Noten hat. Ich möchte sagen, dass ich jetzt den Abgang so im Mund habe. Und da bleibt eine schöne karamellige Nougatnote auf der Zunge liegen, die jetzt zu verblassen beginnt. Ich würde den Abgang, den Nachgang so eher als mittellang beschreiben. Er fängt jetzt wirklich an zu verklingen. Hätte ich mir ein bisschen länger erwartet, meine ich, dass ich das auch schon mal länger geschmeckt habe. Aber ich möchte ja meine aktuellen Eindrücke an euch weitergeben. So, ich werde ihn noch ein zweites Mal probieren. Die Nase hat sich nicht verändert. Diese Orangenzeste ist vielleicht ein bisschen mehr nach vorn gekommen. Aber, und die Eiche ist auch noch da. Aber schön, möchte ich sagen. So. Beim zweiten Mal jetzt Speichelfluss anregend. Bei weitem nicht mehr so intensiv wie der erste Schluck, den ich auf der Zunge hatte. Weiterhin diese schönen karamellig-vanilligen Nougatnoten auf der Zunge und im Mundraum. Zimt und Kardamom sind da. Wirklich eher im Hintergrund fruchtig-orangege Noten. Ich würde ihn jetzt nicht direkt als fruchtig bezeichnen, aber ist schon da. Das Eichenholz, das so ein bisschen aufdringlich gewesen ist, in der Nase, finde ich, hat sich jetzt hier so auf der Zunge ein bisschen in Richtung Sandelholz entwickelt. Also es ist so, ja, so diese, ich würde es jetzt sagen, diese indische Holznote, die ich so ein bisschen auf der Zunge liegen habe. Vielleicht auch so ein bisschen Rosenholz. Ja, eindeutig geht mir das ein bisschen in die orientalische Geschmacksrichtung, was der Bakers hier so mitbringt. Und leider fängt er jetzt hier auch wieder zu verblassen an. Den Rest werde ich nachher noch genießen, aber ich glaube, probiert habe ich ihn hier genug. Ich möchte zu einem Fazit kommen. Der Bakers mit sieben Jahre, der so wie er hier ist, wie ich schon gesagt habe, vom Markt verschwinden wird und im Moment, wie gesagt, um die 50 bis 65 Euro noch zu bekommen ist, aber nicht mehr ganz so leicht. Ist er das Geld wert? Ich meine tatsächlich nein. Diese Abfüllung ist mir das Geld nicht wert. Und ich freue mich jetzt schon auf die neue Abfüllung, auf den neuen Bakers in Single Barrel Ausführung. Und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen mehr raus bekomme. Versteht mich nicht falsch. Jeder Fan vom Bakers ist sicherlich berechtigterweise ein Fan. Ich bin nicht der große Fan vom Bakers. Er ist ein wirklich, wirklich guter und solider Whisky. Aber ich glaube, wenn er irgendwo, ich sage jetzt mal ungefähr 45 Euro kosten würde, dann wäre er da deutlich besser angesiedelt. Ja, schreib mir doch bitte unter mein Video, was du zur Bakers Abfüllung zu sagen hast. Wie gefällt er dir? Würdest du ihn dir noch zu diesem Preis kaufen? Freust du dich vielleicht auch auf die neue Bakers Abfüllung? Würde mich alles interessieren. Schreib es unter mein Video. Der Austausch mit euch freut mich immer sehr. Ja, genau. Und somit komme ich absolut zum Schluss des heutigen Videos. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Hab immer einen guten Genuss. Dein Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020